Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Short-Folge vom Kein-Limit-Podcast. Heute zum Thema das Geheimnis der Persönlichkeitsentwicklung. Das hört sich ja crazy an, das Geheimnis. Und es hat auch einen bestimmten Grund, denn ich möchte heute über ein bestimmtes Thema reden, wo viele in der Persönlichkeitsentwicklung dran scheitern. Eingenommen mir. So, um was geht es denn konkret? Ihr kennt das ja, man beschäftigt sich mit der Persönlichkeitsentwicklung. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann erst recht. Da habt ihr ja schon einen großen Weg, einen langen Weg hinter euch. Und irgendwann hat man so den Dreh raus. Man muss sich optimieren. Man versucht ständig, jeden Tag besser zu sein als am Tag davor. Man versucht, bestimmte Konzepte zu übernehmen, wie man Freunde gewinnt und so weiter. Und dann fragt man sich irgendwann, okay, wie geht es weiter? Und was mir persönlich passiert ist, ist, dass ich in eine Falle getappt bin. Nämlich in die Falle, dass ich ständig dachte, ich muss mich optimieren. Und zwar im negativen Sinne. Das heißt, ich dachte, ich bin nicht gut genug in bestimmten Bereichen und muss da besser werden. Das ist grundsätzlich erstmal nichts Falsches zu denken, dass man besser werden will. Aber es wird dann gefährlich, wenn man ständig in dem Mindset drin ist, nicht genug zu sein. Und genau da bin ich reingefallen. Und damit euch das nicht passiert, mache ich heute diesen Podcast, weil es eben die unglaubliche Grundlage ist für alles, was später kommt. Und zwar, was ich jetzt sage. Deswegen, Leute, ob ihr in diesem Fall schon getappt seid oder nicht, möglicherweise werdet ihr es noch. Aber versucht euch folgende Worte zu merken und verinnerlicht das, was ich jetzt sage. In der Persönlichkeitsentwicklung geht es nicht darum, zu glauben, man sei schlecht und muss sich verbessern deswegen. In der Persönlichkeitsentwicklung geht es darum, zu erkennen, wer man ist, zu sagen, ich bin perfekt, so wie ich bin. Aber ich will in bestimmten Bereichen noch besser werden. Das heißt, man muss erstmal von einer Grundlage ausgehen, einer Grundlage von Selbstliebe. Man liebt sich erstmal selbst, so wie man ist. Man erkennt das an. Und von da ausgehend geht man nach oben. Und was viele falsch machen ist, gerade wenn man sich optimiert, gerade wenn man jeden Abend ein Journal schreibt und da fragt, okay, was habe ich heute nicht gut gemacht, kommt man in diesen State rein, wo man sagt, okay, warte, ich mache jeden Tag etwas nicht gut. Das heißt, ich bin nicht gut genug. Und wenn man das macht, ist man in einer richtig harten emotionalen Falle, weil dann die Persönlichkeitsentwicklung keinen Spaß mehr macht. Man fühlt sich danach nicht erfüllt, sondern wenn man etwas geschafft hat, dann ist das praktisch so die neue Nulllinie. Man ist von Minus auf Null gekommen dadurch. Aber genau das darf es nicht sein. Und da habe ich ein sehr cooles Buch für euch, was ich wirklich empfehlen kann, nämlich die 6 Säulen des Selbstwertgefühls. Das ist ein Buch, in dem eben beschrieben wird, wie das Selbstwertgefühl entsteht, welche Einflussfaktoren es gibt, sowohl aus dem Inneren heraus, aber auch aus dem Äußeren und wie man damit umgehen kann. Und das Selbstwertgefühl, das kann ich euch sagen, ist die absolute Grundlage, damit ihr überhaupt etwas in eurem Leben ändern könnt und wirklich durch die Decke gehen könnt. Denn ihr werdet niemals wirklich glücklich sein, wenn ihr von einem State ausgeht, in dem ihr glaubt, ihr seid nicht genug. Das heißt, an alle Leute, die gerade zuhören und das Gefühl haben, in manchen Situationen nicht gut genug zu sein, vergesst diesen Scheiß. Das heißt, ihr müsst erstmal lernen, mit der Person, die ihr jetzt seid, zufrieden zu sein. Ihr müsst wirklich sagen, die Person, die ich jetzt bin, das ist schon genug. Ich müsste eigentlich gar nichts mehr machen. Ich bin einfach jetzt, so wie ich bin, zufrieden mit mir. Und alles, was ich jetzt mache, gilt nur noch der zusätzlichen Verbesserung. Weil ich beispielsweise ein Instrument lernen will oder weil ich merke, okay, in manchen Lebenssituationen handele ich so, dass ich mich danach schlechter fühle. Deswegen ändere ich jetzt was dran. Aber ihr solltet niemals von dem Grundstate ausgehen, nicht genug zu sein. Auch wenn ihr vielleicht gerade wirklich ernsthaft das Gefühl habt, nicht genug zu sein. Und da ist es ganz wichtig zu erkennen, dass ihr auf dieser Welt seid und das alleine schon genug ist. Macht euch das mal bewusst. Wer sagt denn etwas darüber aus, ob ihr gut oder schlecht seid? Das seid ihr selber und möglicherweise andere. Aber beide Meinungen sind nicht unbedingt die Wahrheit. Das wisst ihr nicht. Ihr glaubt nur, dass es die Wahrheit ist. Andere glauben, dass es die Wahrheit ist. Und wenn ihr das erkannt habt, dann wisst ihr auch, dass es gar nicht dieses Genugsein gibt. Denn was ist Genugsein? Der Fakt, dass ihr gerade auf der Welt seid, dass ihr gerade vorhanden seid, das ist schon genug genug. Genug, genug. Also macht euch das wirklich bewusst. Macht euch das wirklich bewusst. Das ist nämlich unglaublich wichtig. Ich hatte wirklich große Probleme damit, mich selber glücklich zu fühlen, obwohl ich viel darüber gelesen habe. Obwohl ich viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe. Obwohl ich wirklich unglaublich viel Zeit und Arbeit reingesteckt habe. Als ich die Sachen geschafft habe, war ich innerlich einfach noch nicht glücklich. Und ich habe das erst überwunden, als ich gemerkt habe, ey, warte mal, in welche Richtung gehe ich denn gerade? Ich gehe gerade in eine Richtung, in der ich, obwohl ich weiß, was ich kann, glaube nicht genug zu sein. Und dieser Glaube nicht genug zu sein, ist die absolut beschissenste Grundlage, die man überhaupt haben kann. Deswegen nochmal zum Mitschreiben, Leute. Macht euch das bewusst. Egal in welcher Lebensphase ihr seid, auf welchem Level in Anführungszeichen ihr seid, was ja auch nur relativ zu anderen Levels sein kann. Ihr seid jetzt in diesem Moment genug. So wie ihr seid. Ihr seid perfekt, wenn man perfekt benutzen will, das Wort. Ihr seid einfach genug. Und was ihr jetzt machen könnt, ist einfach noch besser werden in bestimmten Bereichen, die ihr noch irgendwie besser meistern wollt. Ihr baut praktisch auf. Es ist wie praktisch der Vergleich zu einer Wohnung. Ihr saniert nicht, sodass es auf Null kommt, sondern ihr renoviert euch, sodass es noch geiler wird. Versteht ihr? Darum geht es in der Persönlichkeitsentwicklung. Also Leute, merkt euch das. Ihr seid genug, so wie ihr jetzt seid. Macht euch nicht zu viel Stress damit, mit der ganzen Persönlichkeitsentwicklungssache. Ihr macht es nicht für andere, sodass die sagen, ey, was für ein krasser Typ oder was für ein krasses Mädel. Sondern ihr macht es für euch selbst. Und wenn ihr euch am Ende deswegen nicht glücklich fühlt, dann müsst ihr etwas am Prozess ändern. Denn das ist der eigentliche Sinn der ganzen Sache, dass ihr ein besseres Leben führt. Dass ihr euch glücklicher fühlt. Und wenn ihr glaubt, dass ihr irgendwann in der Zukunft glücklicher seid, aber jetzt durch Persönlichkeitsentwicklung euch scheiße fühlt, dann ist das nicht richtig. Dann müsst ihr etwas an der Vorgehensweise ändern. Und das, was ich gerade gesagt habe, ist in 99% der Fälle der Grund dafür, warum man sich trotz Persönlichkeitsentwicklung nicht gut fühlt oder in so eine Falle gerät. Also Leute, merkt euch das bitte fürs Wochenende. Probiert das wirklich aus. Gerade übers Wochenende könnt ihr jetzt diese Übung machen. Setzt euch hin an einen motivierenden Ort und macht euch bewusst, wer seid ihr gerade. Schreibt euch auf, was sind eure Stärken, aber auch was sind eure Schwächen. Einfach mal gucken, wer bin ich jetzt. Und wenn ihr das auf dem Blatt Papier habt, dann sagt euch, ey, ich bin okay damit. Das bin ich. Ihr jetzt seid das Ergebnis des gesamten Lebens bis jetzt. Und das ist nicht wertend. Weil warum sollte es wertend sein? Ihr habt bestimmte Erlebnisse gehabt, ihr habt bestimmt reagiert, ihr habt bestimmt eure äußere Einflüsse gehabt, ihr habt innere Einstellungen. Und das alles in Summe ist das, was ihr jetzt seid. Seid damit zufrieden. Seid euch bewusst, dass das okay so ist. Und dann baut darauf auf. Danke euch. Euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag in der nächsten KeinLimit-Folge. Bis dann. Haut rein. Ciao.